So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Wir haben letztens diesen Mystery-Eistee von Pfanna getestet. Da ist noch ein Schluck drin und ich habe mir gedacht, um den ultimativen Pfanna-Chuck zu machen, den Pfanna-Test, holen wir uns nochmal alle vier gängigen Sorten. Der grüne Tee, der rote Tee, der gelbe Tee und der weiße Tee. Jetzt habe ich gesehen, bei diesen beiden hier steht drauf, kalorienarm, weniger süß. So kenne ich die gar nicht, die werden jetzt bestimmt wieder komplett anders schmecken. Aber fürs Samtnähe möchte ich erstmal den ultimativen Pfanna-Chuck. Ah, hinten das verrutscht. So, so muss das dann ungefähr aussehen. Jetzt können wir das hier wegstellen und fangen mal ganz links an. Wir haben das Ernesto-Glas. Wir werden jetzt wieder probieren, alles durchweggehend. Der grüne. Ich glaube, das ist der meistgetrungenste Tee von Pfanna. Der grüne. Jeder damals ist rumgerannt und hat der grüne Tee von Pfanna getrunken. Aus direkt aufgebrühtem Tee, mit Zitrone, Kaktusfeige-Geschmack, feiner Grüntee und exotische Kaktusfeige. Immer im fetten 2-Liter-Pack ist das der ultimative Klassiker. Ich hoffe, ihr kennt den. Also wer ihr den nicht kennt, schreibt es mal in die Kommentare. Hier sind jetzt auch so hässliche Bipfel dabei. Und farblich, farblich, ja, sieht der so aus. Der grüne Tee. Der ist nicht grün, der ist so Urinfarben genau. Sieht ein bisschen aus wie Apfelsaft. Probieren wir mal. Frisch aus dem Kühlschrank. Schmeckt auf jeden Fall mega erfrischend. Es ist übelst lecker, es ist irgendwie süß. Aber gleichzeitig hat er auch so eine leicht seifige Note da. Man mag es gar nicht sagen, aber doch. Das ist kein Ipper, das ist kein Pale Ale, das ist Tee, aber irgendwie besonders. Das ist Kaktusfeige sicherlich. Das trinkt man nicht so oft. Deswegen gönnt euch der grüne. Am Rand steht sogar, falls das noch nicht aufgefallen ist, The Green. Also ihr habt nicht nur vorne das Deutsche. Der grüne, ihr habt am Rand auch The Green. Für die anderen halt. Dann haben wir der rote. Und bei der rote steht am Rand natürlich Serret. Der rote ist Zitrone, Granatapfel, Geschmack. Weniger süß, ohne künstliche Süßungsmittel. Kostbarer Roy Bosch Tee. Puerte und Hibiskus. Zitrone, Kaktusfeige gegen Zitrone, Granatapfel. Wir probieren also den roten. Der wird sicherlich auch orange sein. Oh mein Gott, guck dir das an. Der sieht aus wie ein Glas Wein. Denn der rote ist rot. Der rote ist rot. Welch ein vorzüglicher Schluck. Riecht wie Himbeerbrause mit ein bisschen Erbrochenem drin. Wir probieren mal. Ja gut, schmeckt jetzt wie Wasser. Mit irgendeinem Geschmack drin. Schmeckt nicht mehr so kräftig. Dadurch, dass der weniger süß ist. Ja, kalorienarm. Ja, aber finde ich auf jeden Fall den grünen besser wie den roten. Weil der rote, der hat jetzt deutlich an Geschmack verloren. Das ist nicht mehr die Jugend, die ich kenne. Jetzt kommen wir kurz zum Mystery Eistee. Den haben wir ja letztens probiert. Ich weiß natürlich immer noch nicht, was es ist. Mir ist aufgefallen, ich habe mir die Farbe gar nicht angeguckt. Wir schenken mal kurz hier ein. Dann haben die Farbe vom Mystery Eistee. Taste the Secret. Da steht ja nicht mehr drauf. Deswegen tun wir den gleich wieder weg. Wenn ihr den schon kennt, schreibt es rein. Der riecht kräftig. Der riecht stark. Der riecht richtig gut. Ich habe gelesen, viele sagen, der schmeckt super. Und im direkten Vergleich auf jeden Fall deutlich vor dem roten. Ich würde sogar sagen, er schmeckt mir auch besser als der grüne. Ich werde mir das mal jetzt hier so ordnen. Vom Geschmack her, wie ich die gut finde. Dann haben wir als nächstes der gelbe. Der gelbe Tee oder hier eben Ciello. Ciello. Schreibt es euch auf. Zitrone Physalis. Also überall ist Zitrone drin. Erlesener gelber Tee und Kräuter der Natur. Gelber Tee erlesen aus der Natur. Wir machen es mal auf. Der ist leider auch weniger süß. Deswegen weiß ich jetzt gar nicht, wie das Original geschmeckt hätte. Ich habe leider nur die weniger süß Variante. Aber das ist besser wie der rote und schlechter wie der Rest. Das ist meine Einschätzung vorweg. Der sieht jetzt wirklich aus wie abgestandener Urin. Bisschen trüb. Riecht aber mega nach Zitrone. Also richtig stark zitronig. Riecht wie ein Bonbon. Gut, ich glaube, der Granatapfel war besser als der Physalis Zitrone. Denn der hat einen richtig komischen Geschmack. Den kann ich nicht beschreiben. Den ist, musst du probieren. Probier den gelben, aber kalorienarm. Weniger süß. Dann weißt du, was nicht schmeckt. Das ist auf jeden Fall der gelbe bis jetzt. Also, boah. Der hat so einen richtigen muffigen Geschmack. So ein richtiges Mufflon. Das Mufflon aus der Pfanner Collection. Wir haben noch einen hochwertigen, hochkarätigen. Und das ist der weiße, oder hier, C-White, C-White, C-Green, C-Red, C-Yellow, C-White. Das ist der letzte, ist auch Zitrone. Aber Holunderblüte-Geschmack. Edler, weißer Tee und leichte Holunderblüten. Nicht mit weniger süß, also mit mehr Fett dran, hoffe ich. Grüße an Natururin. Wir schenken jetzt mal ein, der weiße Tee, der aussieht wie der grüne Tee. Also irgendwie genau die gleiche Farbe, oder? Sieht das nicht aus wie das erste Glas, was wir probiert haben? Schreibt es mal in die Kommentare. Riecht irgendwie nach nichts. Sehr geruchsneutral. Zitrone-Holunder. Mich erinnert es ein bisschen an eine Pfefferminznote. Wie wenn du kalten Pfefferminztee trinkst. Und das finde ich okay. Das finde ich interessant. Aber irgendwie als Erfrischungstee, naja. Stellen wir es uns mal hier rüber. Meine Reihenfolge wäre jetzt, der beste ist der Mystery-Eistee. Den füllen wir auch jetzt hier ein. Wir wollen nämlich jetzt noch alle Sorten kombinieren und zusammen trinken. Also haben wir den besten, den Mystery-Eistee. Dann, Platz 2, kommt der klassische grüne Eistee. Der kommt hinterher. Dann, Platz 3, nicht weniger süß, mit viel Kalorien. Der weiße, der im Prinzip so ein leichtes Pfefferminz-Aroma hat. Den machen wir hier in die Mitte rein. Und dann abgeschlagen, auf der rechten Seite muss ich von hier nehmen, der rote. Mit weniger süß. So, der ist auch schön rot, der macht schön Fapp. Und als letztes, der gelbe. Der gelbe ist der Stinger aus der Reihe. Der gelbe kommt zum Schluss. Den gelben füllen wir ein. Jetzt haben wir ein richtig tolles, oranges Glas. Und welcher normale Mensch testet Pfanner-Tees, die jeder kennt. Und dann merkt, dass sie jetzt anders sind. Und hat am Ende so ein Humpendor von dem super orangen Pfanner-Ultimate-Tee. Das müsst ihr mir mal nachmachen. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Riecht nach, pass auf, Zitrone. Weil ja überall Zitrone drin ist. Das Glas ist beschlagen, das Glas ist richtig kalt. Also das war eine ganze Ladung Pfanner-Tee in allen möglichen Sorten. Klar, es gibt noch die Winter-Variante. Die habe ich aber gerade nicht gefunden. Es ist ja mitten im Hochsommer. Aktuelles Video nach Männertag. Daher noch dieses T-Shirt hier. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Kennt ihr Pfanner-Tee? Schreibt es rein. Was ist eure Lieblingssorte? Welche Farbe findet ihr am besten? Ciao.